Oh, dann wird's jetzt wieder richtig angenehm, weil du bist mit im Call und ich mach mein Intro für YouTube. Das ist immer so... Das ist richtig unangenehm. Keine Undertale-Aufnahme, Yannick, du nimmst was anderes auf. Moin mal, Leute, ich bin Lidkobis Brain oder einfach nur Yannick und das ist eine riesige 3. Freunde, ich wollte euch heute die Zahl 3 vorstellen. 3. Und das ist Film im Hintergrund. Wie ihr es am Titel schon lesen könnt, der liebe Fax Prime, der Max, hat aus euren Einsendungen eine Try Not To Love Challenge gemacht. Das heißt, wir sind endlich wieder angekommen bei YouTube 2017 und dürfen nicht lachen. Arschgeile Nummer! Deswegen muss ich jetzt alles rauslassen, was ich habe. Du hast mich an die komische alte Frau erinnert, die auf TikTok, glaube ich, die ganze Zeit Videos hochlädt, wie man lacht. Das ist meine Oma. Oh, okay. Starten wir. Ja, jetzt läuft's. Okay. Moin moin, Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial, was jetzt schon öfter von euch gewünscht wurde. Zum Beispiel auch bei dem The Dropper Let's Play. Heute geht es ganz ums Minecraft. Und zwar um die Minecraft Shader. Stimme kommt mir bekannt vor. Uh. Oh, der war schon ein starker Start. Ja. So was finde ich hier gar nicht los, wenn Leute hinfallen. Nee, ist auch gar nichts für mich. Hast du gerade gelacht? Ich habe das gehört. Nee. Hallo? Ich habe wegen deinem, also, nee. Okay. Sechs. Fünf. Neun. Geile Mucke, Alter. Das habe ich nicht verstanden. Das ist Undertale, glaube ich. Das Spiel habe ich schon mal gesehen. Das war ich gerade eben, als mein Dad reinkommt. Ähm. Ja, äh, starker Start. Starker Start. Es ist immer schwierig, wenn man in so einer Nicht-Lachen-Challenge einfach nicht lachen darf, weil lachen ist so das, was... Ich mache das den ganzen Tag. Ja. Hier drührt sein, das ist richtig wichtig. Stay hydrated. Warum so viel Undertale-Musik? Das ist gemein. Was sind das für Aufkürzungen? Hallo? Wie viel, wie viel? Ist das 720p? Ja. He, Wa, Q, D, Na. Oh, hier. Waren das Füchse? Äh, äh, ähm, ähm, ähm. Fuck this shit! Fuckin' crazy! Können wir doch mal einmal kurz einen Moment pausieren, kurz, um einfach einmal durchzuatmen? Danke. Ne, klar. Der war stark für das Füchse. Besonders ist, es kommt so richtig lange ein Video, wo ich gar nichts kapiere. Und dann frage ich, ob das Füchse sind. Bei, bei, bei wie vielen Minuten sind wir im Video, du, du hast das, zwei Minuten. Zwei Minuten! Und ich habe die Hälfte geschafft. Okay, okay. Ja. Der ist gestorben. Pepper hat einen Schneeball. Oh, ja. Pepper. Pepper Wurf. Einfach in die Nase. Oh Gott. Wer ist er denn? Der ist eine Biene. Ach, eine Biene. Ich dachte, das wäre ein Hamster. Ist das ein Fuchs? Ich lache nicht. Das kann man doch mit deiner Faxcam machen. Vorher Max das Video von mir her. Schwierig, schwierig. Maxify ist immer noch ein sehr schöner Mann. Das stimmt. Ganz, ganz kurz, pausigert. Wie? Das lag noch nicht mal im Video, aber wie überzeugt. Wie lange hast du darauf gewartet, dass das jemand mal sagt? Das stimmt. Ja, ich, also, okay, ich muss jetzt sagen, ich habe einen geheimen Crush auf Maxify. Immer vorm Spiegel geübt, falls wer fragt. Das stimmt. Selbstbewusst ist der Film. Aber auch nur bei der Frage. Frag mich was anderes. Oh, ich weiß jetzt schon, dass das Video grausamt wird. Das ist ein Baby und das hat eine Giraffe in der Hand. Das Gesicht. Ich glaube, wir spielen das Spiel. Wir spielen das irgendwie falsch, ja. Ja. Vielleicht machen wir einfach, wir dürfen nicht, nicht lachen. Das kann ich besser. Ich kann ja nicht über alles lachen. Das bin ich bei Horror Games. True. Das stimmt. Das stimmt. Das ist doch der Undertale-Fight. Warum war da mein Gesicht auf dem Oktopus? Da war dein Gesicht drauf? Mhm. Guck es dir doch mal genau an. Da steht ja auch Oktoyonk. Das habe ich denn nicht beachtet. Nein, nein, nein. Nee. Piss, baby. Piss, baby. Heute ist die Donnerstag. Also wir haben jetzt, beziehungsweise mittlerweile ist es schon Freitag. Es ist der 21.02.2020. Und zwar ist gerade 2.30 Uhr nachts. Wir haben draußen gerade eine Temperatur von 4,1 Grad. 4,1 Grad? Alter, was hat der für eine Frise? Das weiß ich gerade nicht. Aber es ist auf jeden Fall extrem stürmisch. Stürmisch. Vielen Dank für die Aussichten. Herr Lord. Danke sehr. Jetzt geht es ab zu Phil. Oh Gott. Oh, ist das jetzt die Pause? Geht es jetzt zu dir? Actually, es ist 5.26 Uhr. Alter, das ist ja mega smart. Das ist so krass. Aber sowieso, Shoutout, dickster Shoutout an Max, dass er das überhaupt zusammengeschnitten hat. Und ja, uns auch noch hier ein Ding rein. Aber guck mal, wir haben vor der Aufnahme, haben wir noch gesagt, kommt die erste Folge bei mir oder bei Phil. Jetzt haben wir es, komplett random, haben wir einfach gesagt, ja, lass die bei mir machen. Und der hat es genauso geschnitten, dass es jetzt zu Phil geht. Das ist richtig wilder. Junge! Der ist in unserem Kopf. Geht das aus! Ich muss für den ersten Teil sagen, ich wurde abgeholt. Ich wurde abgeholt. Ist heim. Ich muss sehr viel einatmen. Ich habe gelernt, wie man atmet in diesem Video. Er hat frei gesprochen und er hat Bilder benutzt. Das hat mir sehr gefallen. Oh, Gottes Willen. Das ist großartig. Das Ding ist, bei so einer Nicht-Lachen-Challenge geht es auch gefühlt eigentlich, glaube ich, immer darum, dass man so komisch wie möglich sein Gesicht verzieht, weil man nicht lachen will. Weil man lachen muss. Ist grausam. Ja, wie es hier steht, Freunde, der nächste Part, der ist bei Phil. No Phil, ist in der Beschreibung verlinkt. Guckt gerne vorbei. Das wird bestimmt auch überhaupt nicht lustig. Wir werden nicht lachen. Definitiv nicht. Nee. Never. Was ist das? Lachen kann man nicht. Ich kenne Trauer. Und tot. Gute letzte Worte. Freunde, bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. 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 Tschüssi.